Das muss ich später machen, aber jetzt werde ich hier ein erfolgreiches weiteres Toggle öffnen, was ich jetzt hier drüber mache, und das Reset des Toggles. Denn das ist hier so ein bekannter Flip-Flop. Nein, nein, nicht das normale Flip-Flop. Du denkst wahrscheinlich das normale Flip-Flop. Das wird verrückt. Ich promise you, that will be crazy. Gott, worauf habe ich mich eingelassen? Worauf? Sag mir bitte worauf. Das ist nämlich ein bisschen krassere Technik. Ja, ist das auch. Scheibenmist! Scheibenmist! So ein Drecks Scheibenmist! Hahaha. Ja. Hahaha. Das ist wirklich jetzt grad ein bisschen störend. Gut. So. Auf, 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 auf. Also, das ist... Boah, das war jetzt so nervig. Also. Wir haben diesen Block nicht angesteuert. Zweitens. Wir haben gewähnt, dass es Ragequild. Hm. Ja. Direkt nicht Ragequild. Also. Ragen wir mal ein bisschen raus. Ragequild? Ragequild. 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 Ähm. So. Hohoho. Ich meine, ich habe in den verlorenen Aufnahmen. Ähm. Irgendjiem, da war es fehlerhaft, dass er sich hat. So. Ich glaube, maximal von der Breite darf ich was hier machen. Ich mache jetzt erstmal wie Nick Ferry aus Tinkers Conference. Ne, das war Buildcraft. Aber ich kenne mich ja auch nicht mit Mods aus. Deshalb habe ich ja den Professortitel in Redstoneologie nicht in Modifikationen. Bei Modifikationen, ich sag mal so, Mods sind krasser als Redstone. Und Redstone kannst du studieren und Mods, da musst du alles. Jetzt habe ich ja eine neue Fortbildung machen. Schöne ich. So, ich brauche... Also, was brauche ich? Das ist jetzt meine Frage. Gute Frage. Nächste Frage, wenn man so sagt. Also, wir brauchen eine Ansteuerung für den Pisten. Aber gleichzeitig brauchen wir auch noch ein zweites Flipflop. Noch ein... äh... Flipflop, kein Toggle. Ein Toggleflipflop, kann man besser sagen. Ja, kann man, kann man, kann man... Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Mal passieren. So... Also... Wir müssen irgendwie eine Grenze schaffen. Grenzen sind doch hier schwierig. Aber, wieute ich. Wer sagt marblestisch. Ich erstes mal, bis zu Entrepreneur счету... antwortilz.